Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pater Pio von Petra e Gina. Du hast deine geistlichen Kinder sehr geliebt und viele hast du für Christus gewonnen, um den Preis deines Blutes. Gewährle auch uns, die wir dich nicht kennengelernt haben, uns als deine geistlichen Kinder zu betrachten, damit auch wir dich durch deinen vierterlichen Schutz, durch deine Heilige Füllung und die Kraft. Die du für uns, Herr, erlangen wirst, in der Stunde unseres Todes an der Paradiesseite antreffen können, wo du auf unsere Angst antwortest. Wenn es mir möglich wäre, wollte ich vom Herrn nur eine einzige Sache erbitten. Wenn er zu mir sagte, geh ein in das Paradies, wollte ich nur diese Gnade, von ihm erlangen. Herr, lass mich erst dann ins Paradies eingehen, an das letzte der meine Kinder, an die letzte der Personen, die meiner priesterlichen Söhne anvertraut waren, vor mir hineingegangen ist. Rosenkrant zum heiligsten Herzen Jesu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glaub an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilate, die kreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zurecht in Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Weges, Jesus, der immer stimmte Vermehrer. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, das gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entstandert. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ere es dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns aus unserer Sünder, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, der Jesus, und in der Stunde unseres Todes an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, den Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Die Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfel, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit, in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten verdrücken. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Entschuldige und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem übe. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seiner persönlichen Mund der Welt geschliffen hat. Heilige Maria, Mütter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mütter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mütter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mütter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Urteil Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschnitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Gännis. Dies war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der gebüßt im Himmel, beeiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, der dein Wille geschehe, wie im Himmel so aufhören. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Wissen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, des Gebenedeits für den Weibgunden, Gebenedeits, die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflang jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Befehlern, die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflang jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe aller Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflang, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, dessen Liebe aller Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und du benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und du benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und du benedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, Gnadewirken, in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und du benedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde des Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und du benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist die Benedeit unter den Weibern, und die Benedeit ist die Frucht deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebes, Amen, und in der Stunde unseres, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit, Amen. O mein Jesus, verzeih uns, unsere Christen, bewahre uns vor dem Feuer der Römer, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille gestehe, in den Himmel, wo erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht um Versuchten, sondern erlöse uns von dem Himmel, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einem erlanzet gespürt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, gebenedeit ist deines Leibes, Jesus, der Herr in einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gott, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Traum, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Fluren, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Fluren, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von deiner Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so, jetzt und alle Zeit, von dem Ewigkeit, Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du und Maria, voll der Gnade, der Herr ist lieblich, des Gebenedeut unter dem Wald, und du beteilst die Frucht deines Leibes, Jesus, des Herz, ein Ozean, der Barmherzigkeit für die Räume, die den Sünder. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, Frau Jere, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du und Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, des Gebenedeut unter dem Wald, und den Gebenedeut das Gebruch deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume, die den Sünder. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeut unter den Weibern, und Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume, die den Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeut unter den Weibern, und Gebenedeut das Gefrucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deiner Liebesklamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeut unter den Weibern, und Gebenedeut das Gefrucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deiner Liebesklamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeut unter den Weibern, und Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeut unter den Weibern, Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeut unter dem Weibern, und Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeut unter dem Weibern, und Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes, Familie, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeut unter dem Weibern, und Gebenedeut ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, armen Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes flammiert und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebes Flammel, Rosenkranz, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Wir grüßen die Wunde der rechten Hand, zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen die Wunde der linken Hand, ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Wir grüßen die Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen die Wunde des rechten Fußes, ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Wir grüßen die Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen die Wunde des linken Fußes, ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Wir grüßen die Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen die Wunde der rechten Seite. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, wie wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Und durch Gottes überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzens, bitte fühl uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, Gott, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzens. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Wir wünschen uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit den Gnaden wirken deines unbefleckten Herzens. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. durch die liebesflamme deines unbefleckten herzens mutter rettung durch die liebesflamme deines unbefleckten herzens mutter rettung durch die liebesflamme deines unbefleckten herzens mutter rettung durch die liebesflamme deines unbefleckten herzens schmerzvolles und unbeflecktes herz marie biete für uns die wir unsere zuflucht zu dir nehmen mutter gottes überflute die ganze mensch mit dem gnaden wirken deiner liebesflamme jetzt und in der stunde unseres todes am ehre sei dem vater und dem saum und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist im anfang so auch jetzt und alle die liebesflamme deiner zeit und in ewigkeit am namen liebesflamme leitern gegrüßet seist du maria in deren unbefleckten herzen wie gottes lieben ohne und die menschen liebe ohne unterlass brennt dass die liebesflamme deines unbefleckten herzens unsere seelen durchdringen erflehe uns diese gnade dass die liebesflamme und zur vollkommenen gottes liebe führen möge erflehe uns diese gnade dass die liebesflamme unsere herzen zur wahren menschen liebe entzünde erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o mutter die erwärmende lichtquelle für die familien sei erflehe uns diese gnade dass durch diese lichtquelle die familien geheiligt werden erflehe uns diese gnade dass die liebesflamme deines mutter herzens auch die seelen der kinder durchdringen erflehe uns diese gnade dass die liebesflamme deines mutter herzens uns dem weg weise erflehe uns diese gnade dass wir auf dem von deiner liebesflamme erleuchteten weg gehen können erflehe uns diese gnade dass wir durch deine liebesflamme den sinn unseres lebens erkennen erflehe uns diese gnade dass die liebesflamme deines unbefleckten herzens auch die kleinste schuld von unserer seele tilgen möge erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme uns zum guten anrege erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o himmlische mutter die verfinsterten seelen erleuchten möge erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o himmlische mutter die verfinsterten seelen erleuchten möge erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o himmlische mutter die erflehe uns diese gnade dass von deines herzens liebesflamme auch die verhärteten herzen erweichen mögen erflehe uns diese gnade dass deines herzens liebesflamme die seelen zum apostolischen eifer drängen möge erflehe uns diese gnade dass die aus deinem mutter herzen entströmende liebesflamme dass deines herzens liebesflamme die seelen zum apostolischen eifer drängen möge erflehe uns diese gnade dass die aus deinem mutter herzen entströmende liebesflamme ihr menschen reichen möge erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o himmlische mutter die gottesliebe in unseren seelen entzünden möge erflehe uns diese gnade dass deine liebesflamme o himmlische mutter die regierenden der völker besonders deutschland erleuchten möge erflehe uns diese gnade dass deines liebesflamme o himmlische mutter die regierenden der völker besonders deutschland erleuchten möge erflehe uns diese gnade Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, dass wir die von deinem Mutterherzen geschenkte Liebesflamme bis zu unserem Lebensende bewahren mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem sanften Lichter deiner Liebesflamme nach dem Himmel streben mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens unsere Sterbestunde erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die von dir ausströmende Liebesflamme in uns immerwährend brennen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens die ganze Welt überstrahlen möge, erflehe uns diese Gnade. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Amen. Amen.